Mal eben gucken, was wir noch bauen können. Die Leintechniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Ah ja genau, das Psi-Labor, das kostet bestimmt noch eine Menge Geld. Nur Satelliten Nexus, das heißt, wir haben jetzt auch ganz viele Satelliten, die wir noch platzieren können. Dann muss ich gerade nochmal eben gucken, was mir da jetzt noch fehlt. 8 von 13 im Orbit und gebaut werden noch 2 und ich habe noch 2, das heißt, einer könnte noch gebaut werden. Und Ratsversammlung war wann? Ja, bis dahin kriege ich den nicht mehr gebaut. Ah komm, dann ist er wenigstens fertig. Achso, da werden 3 noch gebaut und 2 habe ich noch 5. Dann brauche ich keine mehr bauen. Ja, dann mache ich hier noch einen Aushub. Dass ich zu Noten noch ein neues Gebäude bauen kann. Und Restgeld behalte ich erstmal. Offiziersschule, genau, Truppgröße hatte ich gekauft. Das Rest ist alles sehr teuer. Dann scanne ich mal weiter. Und wieder ein Ufo, ach das ist dieses Aufseher-Ufo. Was ja wieder nicht klappen wird mit meinem Abfangjäger, ich weiß es jetzt schon. Demon, doch das ist doch so ein Firestorm. Und jetzt gleich mal Zielverfolgung oder sowas aktivieren. Ja, wie der sich schon bewegt, ist doch geil. Wir sind dran. Das war doch mal ein voller Erfolg. So, was haben wir hier? Ach du Scheiße. Ätherer, kenne ich nicht. Elite-Mutorn, kenne ich nicht. Sektopod, kenne ich glaube ich auch nicht. Eine Drohne und schwerer Schweber, kenne ich ja. Das wird spannend. Das wird spannend. Ja, da müssen unsere besten Leute hin. Du nimmst dir mal einen Pulsboden mit. Das passt so. Ich weiß nicht, haben wir da nichts Besseres? Nee, wollen wir nicht. Na komm, Lina, darfst du wieder mit. Ach je. Er kann glaube ich auch noch nichts richtig. Ach doch, er ist schon Captain. Das ist doch gut. Das ist doch prima. Braucht nur eine bessere Rüstung. Und vor allen Dingen meine vernünftige Waffe. Ich gehe doch lieber zu der Schalenrisse. Ach, Moment. Das andere braucht nur noch Verteidigung. Und ich nehme den Skelettanzug. Okay, okay. Er hat ja noch einen Skelettanzug. Also, okay. Schalenrüstung. Schalenrüstung. Ja komm, so lassen wir das. Puh, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Transporter ist eingetroffen. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten sie sich hoffentlich fern. Ich bin nochmal gespannt, ob es da neue Sachen in dem UFO gibt. Neue Waffen, neue Gerätschaften. So, jetzt ein bisschen vorsichtiger als in der letzten Mission. Da ist Feuer, da wird also irgendwie ein Fuss dergesehen. Sie haben dieses Schiff mit ihrer fortschrittlichsten Technologie geschützt. Wir können also davon ausgehen, dass sich im Inneren etwas befindet, das für ihre Invasion extrem wichtig ist. Ja, viel beteiligt weniger. Hm, genau. Oh, da vorne sind schon welche. Ist eigentlich sogar ganz gut, wenn man sich zwei Leute bewegt. Präzisionsschütze, bitte. Ach, kann ich sehen. Das kennen wir ja mittlerweile schon. Hier vielleicht sogar einen Raketenwerfer mal einsetzen. Drinnen im UFO kann ich es ja eh nicht machen. Und hier... Mhm, zerschreddert. Das heißt, sie sind jetzt leichter zu treffen. Ja, beziehungsweise kriegen jetzt mehr Schaden, glaube ich. Weiß ich noch nicht. Oder fast, komm. Immer drauf. Sturmgewehr. Oh, da habe ich wieder nicht aufgepasst bei der Überwaffnung. Vorhin hatte die doch eine vernünftige Waffe, oder? Ich kann mich nicht entsinnen, dass jemand bei mir im Team ein Sturmgewehr hatte. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ziel bestätigt. Oh, was da für Geräusche sind. Ich glaube, ich will da nicht hin. Ich bin unterwegs. Entschuldigung! Bestätige! Kontakt! Oh, ich hab was gesehen, ich hab was gesehen. Aber unser Scharfschütze sieht nichts. Ich weiß, wo ihr gesteckt. Wo steckt ihr? Der ist raus! Der ist raus! Oh, das war's? So still auf einmal. Verstanden, Commander. Nein. Vergebe mich auf Position. Vergebe mich auf. 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 Ja, dann... Ich bleib mal als Lockvogel einfach hier. Immer wachsam, Commander. Vergebe mich auf. Ich hoffe mal, dass sich da Aliens gleich noch bewegen. Fertig und bereit. In Bewegung. Die letzte Chance zum Nachladen. Nachgeladen! Da ist keine Deckung mehr. Vergebe mich auf. Verstanden. Ach du Scheiße! Oh, irgendjemand hat das bestimmt gewusst. Ne, komm. Vorrücken. Ich will diesen Raketenwerfertypen finden.